Hallo zusammen, ich mache jetzt mal so ein extra Video und zwar nur über Lidschatten, die ich von der Firma Dolten, meine lieben Zuschauerinnen, meine Abonnentinnen, die wissen das ja, dass ich zwei, drei Dolten Videos gemacht habe, weil ich von denen Produkte zugeschickt bekommen hatte. Unter anderem waren das Eyeshadows und Mascara und die möchte ich euch jetzt vorstellen. Und was ich außerdem möchte, diese Produkte verschenken, weil ich sie einfach an euch weitergeben möchte. Sie sind nicht benutzt, allerdings war ich kurz mit einem Spatel drin in den Farben, um sie zu swatchen. Nee, in einer nur. Also ich zeige sie euch. Es geht um Monolidschatten, erinnert sehr stark an Bobby Brown, sowohl in der Verpackung als auch das Gläschen und ein Spatel ist dabei. Und diese Lidschatten, ich muss gucken, was die kosten. Ich setze mal meine schlaue, kluge Dr. Kirsti-Brille auf. Die kosten 20,50 Euro. Da haben wir einmal die Farbe hier Espresso. Ich schaue jetzt mal in die Kamera. So, da war ich kurz mit dem Spatel drin. Es ist eine extrem seidige, cremige Formulierung, angereichert mit Vitamin A und E. Die, ja, also die hilft auch die Faltentiefe zu reduzieren. Also das ist ganz weich und soft auf dem Lid anzuwenden. Wir haben eine Vielzahl von Anwendungsmöglichkeiten auf dem ganzen Lid oder auch nur als Eyeliner, als Akzent, whatever. So, also wir haben die Farbe Espresso. Dann haben wir die Farbe, ach so, und wasserfest sind sie auch. Wasserfest und sie bleiben also wirklich lange im Finish geschmeidig. Und was ich geswatcht habe, also was ich hier rausgenommen habe, das habe ich mir natürlich aufs Augenlid gegeben. Und es ist lang haltbar, vorausgesetzt, ihr macht das Tiegelchen schön fest zu. Dann haben wir die zweite Farbe, das ist so ein, ja, Obsession nennt die sich. Ist so ein Rosé-Rotton. Also für blonde Frauen, glaube ich, nicht so sehr geeignet. Ich glaube eher mit dunkleren Augen, mit braunen Augen, Ladies mit braunen Augen. Ich glaube, denen stehen solche Farben ganz toll. Ist eine sehr, sehr schöne Farbe. Also das ist eine ganz tolle Textur. Und noch eine Farbe, die nennt sich, ich muss gucken, warte mal, wie heißt die? Kakaosan. Eigentlich goldig. So eine goldene Farbe. Ne, ich glaube, so sieht man es besser. So müsste es jetzt die Kamera eingefangen haben. Das Licht kosten 20,50 Euro. Die würde ich gerne an eine Interessentin weiter verschenken. So. Die Firma Neekosmetik wird in Italien hergestellt. Also Auftraggeber Firma Deuten. Also nicht made in China, ein europäisches Produkt. Verpackt in diesen einfachen, simplen Schächtelchen ohne Folie drum. Und hier ist noch ein kleiner, das ist nicht ein Spatel, nee, das ist so ein Applikatorschwämmchen. Da kann man sich das mit verblenden. Ja, weiterhin habe ich noch einen Nidschatten und zwar ist das, ähm, dieses Stückchen hier. Nennt sich Eyeshadow Shimmer Strips. Kostet 37,50 Euro. Sind Pink, Nude und Beige Töne. Die kann man also einzeln verwenden oder man kann das auch mischen miteinander. Hat wohl eine gute Pigmentierung. Ich habe es noch nicht probiert. Also Rezeptur ist jedenfalls seidig, so ein strahlender Effekt. Und da es ja auch ein bisschen nudig, wie das zugeht in diesem Sommer, Frühjahr-Sommer, aber dazu gibt es extra Videos, ist das eine sehr schöne Palette ebenfalls zu verschenken. Ich weiß noch nicht genau, wie ich das mache. Gut, und jetzt habe ich noch zwei Produkte, die ich euch auch zeigen möchte, die nicht zu verschenken sind, weil ich sie schon benutzt habe. Eine Mascara von der Firma Nii. So, also auch Deuten-Kosmetik. Deep Extensions. Eine verlängernde, wimpernverlängernde Mascara. Dieses schmale Silikonwürstchen. Kann man das gut sehen? Also gibt selbst den schmalsten Wimpern, nämlich meinen, einen absolut perfekten Schwung. Trennt die Wimpern sehr gut Volumen. Also ich würde das mehrmals auftragen. Also immer in dünnen Schichten auftragen, vom Ansatz bis in die Spitzen. Und je mehr Schichten ihr auftragt, achso, ich könnte mal die Brille absetzen. Je mehr Schichten ihr auftragt, umso besser das Ergebnis. Und last but not least, this one. Das ist speziell ein A-Lit Primer. Den habe ich, glaube ich, schon mal vorgestellt, von dem ich sehr angetan bin. Der kann als Lid Primer aufgetragen werden oder auch als goldiger Lidschatten oder so als Highlighter unter dem Augenbrauen. Kann man das sehen? Kann man das sehen? Ich glaube schon, man kann es sehen. Ja, wenn ihr Interesse an diesen Produkten habt, an der Mascara zum Beispiel oder an diesem sehr, wirklich sehr guten, einfach zu handeln. Denn der ist übrigens ein bisschen dick in der Textur. Der ist nicht so dünnflüssig, der ist so cremig, ist der, ja. Sehr pflegend. Ihr habt noch bis zum 31.01. habt ihr noch 20% auf das gesamte Sortiment. Ihr gebt einfach Beauty Kirstie ein, diesen Rabattcode. Und dann bekommt ihr 20%. So, das war jetzt mal so ein kleines Shorty-Video, weil ich mir dachte, nee, also ihr seid alle so lieb und zauberhaft. Ich werde diese Produkte gerne weitergeben. Ich bin natürlich auch hingerissen von den Produkten, aber ich habe sehr viele Lidschatten. Und ihr wisst, ich bin nicht so die Sammlerin. Minimalismus. Und da es ja jetzt wieder absolut im Trend ist, mit einer Lidschattenfarbe zu arbeiten in diesem Sommer. Es gibt irre Trends. Zum Beispiel kommt der Kajalstrich zurück. Der Kajalstrich auf der Wasserlinie. Voll die 80er. Voll die 80er, sage ich euch. Die Make-up-Artists haben die Models auf den Modenschauen in Paris und wo die überall stattfinden in New York. Alle schön mit einem Lidschattenfarbe versehen auf der Wasserlinie. Tja, es kommt alles zurück. Alles. Ja, ich sage es immer wieder, man kann das Rad nicht neu erfinden. So, jetzt habe ich euch die mal vorgestellt, weil ich wirklich, ich habe sowas noch nicht gesehen von anderen Firmen, außer von Bobby Brown. Deswegen war ich so, wow, erstaunt, als ich diese Produkte zugeschickt bekam. Das Mensch, in so einem Gläschen. Toll. Drei tolle Farben. Also wir haben einmal Espresso, dann Kakao, Sun und Obsession. Drei Farben. Ja. Schreibt es mir einfach in die Kommentare. Und ich muss dann sehen, was ich mache. Mal sehen, wie groß der Ansturm ist. Vielleicht ja auch gar nicht. Weil Verlosung finde ich doof. Dann müsste ich dann vier Ver... Ich weiß. Nee. Also überlegen wir mal gemeinsam, ja. Genau. Wir überlegen das gemeinsam, wie wir das machen. Vielleicht sind es ja noch ein paar. Dann hat sich das erledigt. Dann geht das ratzfatz. Wenn es zu viele sind, muss ich sehen, was ich daraus mache. Ihr Süßen, ich wünsche euch wie immer das Beste. Seid besonders gut zu euch. Und für die Ladies, die neu auf meinem Kanal sind, ihr könnt mir gerne kostenlos folgen. Quatsch. Mich kostenlos abonnieren, damit ihr keins meiner Videos verpasst. Und bis bald. Bis bald. Bis bald.